Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe die Frage des Tages. Die Sonne brutzelt schon seit Tagen und es ist wieder Zeit für Eis. Doch welche Eissorten mögen die Münsteraner und Münsteranerinnen am liebsten? Wir haben nachgefragt. Meine Lieblings-Eissorte ist Stratzettela. Meine Jogurette. Meine Zitrone. Meine ist auch Jogurette. Stratzettela. Vanille. Pfefferminz. Es ist so erfrischend irgendwie und mit den Schokoladenstücken, das mag ich gerne. Ja, wir haben heute mal was Neues ausprobiert und haben jetzt ein Joghurteis, was nicht so kalorienhaltig ist, ausprobiert. Und schmeckt Ihnen das? Schmeckt sehr, sehr lecker. Ja. Bei mir ist es genau das gleiche. Ich probiere es aber das erste Mal und ich muss sagen, es schmeckt ausgezeichnet. Meine Lieblings-Eissorte ist Jogurette und die von ihm ist Schokolade, wie man offensichtlich sieht. Wir haben jetzt Spekulatius, Cookies dieses Jahr, Sanddorn, also ganz, ganz viele Sachen, Kaffee, ganz viele Sachen, die jetzt auch Basilikum, Zitrone, die jetzt dieses Jahr versuchsweise rausgekommen sind. Ja, da kann der Sommer ja kommen. Mein Lieblings-Eiss ist übrigens Amarena Sahnekirsch und die von Armando, der hinter der Kamera steht, ist Malaga. Bis zum nächsten Mal.